Tag 8 Wie kein Gespräch Ohne sie war Alf richtig einsam, Captain Keine Angst, ich mache schon noch einen richtigen Kerl aus dir, Alf Naja, ich denke, ich habe mich bei der Suche nach ihnen schon ganz gut geschlagen, Captain Das mag ich sein, aber jetzt bin ich wieder da Denkst du, du kannst mithalten, Alf? Ich werde mein Bestes geben Apropos Captain, ist das ihre Gummiente, die da rumfliegt? Und ich würde mal sagen Gehen wir doch mal wieder zurück zum weites Anfang Und 18 Früchte läuft Da finden wir noch 4 Hier sogar auch noch 12, Halleluja Zurück zum weites des Anfangs Wo alles begonnen hat Finde den Überlichtschlüssel Noch 18 Vorräte Ich glaube, damit können wir gut dienen Das Signal scheint, hier aus der Nähe zu kommen In diesem Gebiet war meine erste Lernung auf diesem Planeten Oh, wirklich? Wir müssen jedenfalls dem Signal nachgehen Und Früchte sammeln Du denkst auch nur an Früchte So, dann schauen wir uns doch die Karte mal an Hier ist eine Frucht Hier sind auch Früchte Sternenfrüchte Würde ich mal sagen Ist auch eine Frucht Aber das könnte natürlich neue Früchte sein Das kann natürlich auch sein Zumindest ist hier eine Frucht Da kann man eine Brücke zusammenbauen Hm, wie kann ich diese Distanz überwinden? Vielleicht indem du einfach mal kurz Brittany darüber wirst Und dann werft man hier mal die Hälfte Und man kann jedenfalls sehen Okay Und wir kümmern uns erstmal hier drum Okay Okay Los, mach das fertig So, wir gehen aber erstmal hier hin Dann gehen wir erstmal Hoppala Okay So, wir gehen hier rüber Nicht bummeln, Leute Nicht bummeln So, wir machen die alle fertig So, wir machen die alle fertig Ich hab dir gut gemacht Dann, ihr sollt den hier besiegen Okay, dann macht ihr den hier jetzt einmal hier Noch So Dann, Alf Dann holt ihr mal bitte die Pigments hier Dann, wir haben zwölf davon Also, wir machen die So, wir gehen mal das hier mal an, das schon aufsammen bringt das So, Prytoni, du bist dran. Macht alles schön fertig. Ach du schon wieder, okay. So, dann haben wir hier noch Scherben. Und hier haben wir noch eine Nachricht. Wirst du einen Anführer in der Nähe von Karmel wegen des Vorziehs herauszuziehen, okay. Und die Brücke ist noch nicht fertig. Und auch die Brücke ist fertig, okay. Okay, dann sind wir ja wieder schön vereint. Dann. Könnt ihr mithelfen? Mit etwas Hilfe käme ich super. Hm, aber ich schaue mich erstmal hier um. Hm. Hier können wir noch drüber. Oh, da ist eine Pfirsich. Aber Wasser. Was heißt ja, guck mal hier. Wasserpick, man. Gerlich, schön kühl. Was ist das denn? Ein merkwürdiger Stein. Es geht eine starke Energie von ihm aus. Ich sollte Pikmin mit so einem Stein besser mit LR separat von den anderen Pikmin aussehen. Das ist, glaube ich, fünf Worte. So, dann einmal graben, bitte schön. Lockere Erde. Da kann man sicher graben. You don't say. Oh, hier noch mehr Bomben. Oh, ähm. Weiß nicht gedacht. Nimmt das bitte mit. Okay. Noch nicht. Das Feuer ist noch nicht vorbei. Jetzt ist das Feuer vorbei. Schön. Da oben ist noch eine Notiz. Hier ist eine Frucht. So, viele neue Früchte. Pikminologie 10. Alle Pikmin können Steinbomben tragen. Hehehe. Steinbomben. Okay. Hier sind Scherben. Oh, Weintrauben. So, beeindruckt euch. So, und da oben sind auch schon wieder. Oh, hier gibt es so viel zu essen. Da muss auch eine Notiz. Warte mal. Kann mich vielleicht ja. Alf. Fass. Ahh. 력iest. Hm. Oh, Mann. Gibt es noch mal? Nochmal. Fass. Oh. Nochmal. was bin ich glaube ich muss hier rüber sehe ich schon jetzt aber mal kurz die anderen bieten hier ab 34 zu haben es ist sie wenig der 54 ist wieder eine andere kiste sind ja die anderen pikmin die warten hier also okay ich möchte mal sagen hat wir können auch die abkürzung frei machen die wir hier so 1 2 2, 3, 4, 5, ich gucke euch darum kümmern, so, mal gucken, Alf, kommst du hier hoch, nein, natürlich nicht. Oh, zerstört ihn. Gut gemacht. Oh, was ist das denn? Hier kann ich was zerstören. Nein, nein, nein. Ach Mist. Rompe vertan. Oh, da ist eine Frucht. Aber das muss ich von da was machen. Schnell, schnell, schnell. So. Das ist auch noch mal kurz. So. Oh, er hat drei Pip-Münster fressen. Ach, hier sind die Scherben. Okay. Warum? Warum ist das so ein großes Feld unter Frucht? Ich weiß nicht, ob ich hier hin möchte. Ich glaube, wir bauen erst mal die Brücke zusammen. Haben auch viel Frühstabilate sammelt. So. So ist es hier nicht. Warte. 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 Oben. Ach, hier sind wir. Okay. Wo sind die Scherben? Wo sind die Scherben? Wo sind die Scherben? Wo ist das? Bestimmt. Warte. Da hängt nichts. Was? Wir gehen abbrechen. Zwiebelkrabbe. Die Scherbe besteht aus Kristall. Ah. Hallo Captain. Wann ist ihr denn alles gelassen? So. Dann folgen wir denen mal. Er ist auch noch geflucht. Ein blödes Vieh. Es sind defektiv noch nicht alle, wo sind denn die anderen Scherben? Irgendwo sind noch Scherben, aber wer weiß wo? Die Vorgung kommt leider nicht dran. Pegmologie 15, alle Pegmen können Objekte ausgraben. Das ist uns bewusst, wie geht es denn dort lang? Nee, nee, die will die Vorgung. Oh, es krabbt alle. Oh, es krabbt alle. So, und ihr kommt her. Das war's, du kommst auf schonmal mit. Ich frage mich, wo die anderen Scherben sind. Glaubst du auch wieder mit? Ja, guck mal, auch. Ach, warte mal, das ist einfach nur so der Weg. Okay, wir haben wieder drei Verluste gemacht. Drei Verluste. Aber da werden wir auch wieder Früchte gesammelt. Dann würde ich mal sagen, haben wir diesen Ort schon ziemlich gut erkundschaftet, würde ich mal sagen. Wann geht der Ort lang? Weiß dort auch so Drake geht. Okay. Du musst du eine picken? Warum bist du da? Okay, der bewegt sich, der kommt zu uns. Ja, du kannst die Bären noch abgeben. Und dann bleibst du hier. So. Können wir dann... Können hier runter. Ist auch eine Frucht. Können auch hier runter. Da oben ist der Signal mit einer Frucht. Dann gehen wir doch mal dort. Die Sonne geht schon bald unter. Wir haben ein Ziel. Was ist das denn? Das habe ich irgendwo schon einmal gesehen. Wir sollten uns schnell zur Deck bringen und dort analysieren lassen. Aber das noch schaffen? Eine Sekunde. Du kommst mit. Wo geht ihr denn lang? Okay, geht dort lang. Nein. Mach cut, dann kommen sie mit. Logbuch 4. Ich war so lange fern von meiner Familie auf Hocketate. Ob meine Kinder mich wohl vergessen haben? Sobald meine Arbeit hier getan ist, werde ich Urlaub nehmen und mit meiner Familie eine Weltraumreise machen. Auch wenn unsere Finanzen wohl nur eine kurze Reise zulassen. Das sind ja richtig viele. Punktkäfer zieht auf seine Augen. Ja, ich glaube wir verstecken uns lieber hier. Objekt geborgen. Oh, da kommt eine Nachricht von der Drake. Geborgenes Objekt wird analysiert. Metallanzug Z. Objekt identifiziert. Struktur verstärkende Unterwäsche für Raumanzüge. So ein Extra habe ich in einem Raumanzugkatalog schon einmal gesehen. Und eine Anleitung ist auch dabei. Ich werde sie in den Forschungsdaten abspeichern. Metallanzug Z. Erhöht die Halbbarkeit von Raumanzügen. Super, jetzt sollten unsere Raumanzüge nicht mehr so schnell kaputt gehen. Kann kaputt gehen. Okay, dann beende ich jetzt schon mal den Tag. Würde mal sagen. Wir haben viel geschafft. Ja, doch. Ich hab jeden Tag was Neues zu erkunden. Du, du brauchst dich hier nicht blicken zu lassen. Du hast schon dreimal der Pikmin gefressen. So, die Bilanzen für Tag. Ach, zwei neue Früchte. Ah, etwas Neues. Eine Höckerfrucht. Oh, da kommt aber viel raus. Immer noch. Zweieinhalb Flaschen. Dicke Krone für Kugelbeere. Und das verbinden wir jetzt mit der Weintraube. Jedenfalls bleibt es so eine Farbe gleich. Und das mit einer Pflaume. Polierter Bärenstein. Das hat ne schöne Farbe. So. Ob er den ganzen vorkrieg. Warum? Und jetzt noch ein Gipsaurier. Ne Zitrone. Ich hab schon wieder das Foto vergessen, fällt mir gerade ein. Das gibt heute ein Festmahl. Definitiv. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Drei Pikmin haben wir leider verloren. Schade, bis hier 26. Ich hab mir das durch 8, hab ich ca. 4,5 Pikmin pro Part verloren. Ich will mal sagen, es geht. Wir sind in das Gebiet zurückgekehrt, in dem die Drake ursprünglich notgelandet war. Zu dem Zeitpunkt haben wir es nicht bemerkt, doch von dort geht ein starkes Signal aus. Es muss einfach dieser Raumfahrer von Hockitades sein. Der, wie es scheint, unseren Überlichtschlüssel an sich genommen hat. Jetzt, da wir zu dritt sind, sollten wir ihn doch finden können. Unterzeichnet Alf. Speichervorgang. Speichervorgang abgeschlossen und damit sage ich jetzt an dieser Stelle. Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pikmin 3 Deluxe. Bis dahin. Tudeloo. 3 3 4